Backstage Ihr neues Album ist in enger Zusammenarbeit mit einer Nachhaltigkeitsmanagerin entstanden. Es geht zum Beispiel um Ökostrom fürs Mixing und Mastering, Secondhand-Merchandise, Konzerttourneen mit der Bahn und selbstgekochtes Catering. Jules geht es nicht darum, den Zeigefinger zu erheben, sondern in einen gemeinsamen Austausch zu kommen. Denn Nachhaltigkeit muss nicht automatisch mehr Kosten, Zeit und Verzicht bedeuten. Hallo Jules. Hi. Voll schön, dass du da bist und die Sonne scheint in dein Gesicht. Ja, ich freue mich auch. Ich habe mich jetzt richtig gefreut auf unser Gespräch heute Nachmittag. Wie kamst du zur Musik oder wie kam die Musik zu dir? Also ich fand es immer schon faszinierend, wenn jemand gespielt hat. Aber ich glaube, das geht gefühlt jedem Kind so. Wenn ich Konzerte spiele und die Kinder vorbeilaufen sehe, die bleiben immer mit offenen Augen und offenen Mund da stehen. Aber letztendlich, meine Mutter hatte eine Gitarre zu Hause und die habe ich mir irgendwann geschnappt und habe einfach gerne gespielt. Und die wurde dann irgendwann zu meinem treuen Begleiter, zu meiner treuen Begleiterin. Und ich habe angefangen Songs zu schreiben und festgestellt, das ist einfach etwas, wo ich mich wahnsinnig wohl fühle. Was bildet so ein eigenes Zuhause für mich. Und das war so schön, dass ich das auch zum Beruf gemacht habe. Hast du eine musikalische Ausbildung auch gemacht? Ja, ich habe klar, ich hatte dann Gitarrenunterricht und Gesangsunterricht und so weiter. War dann im Musik-LK und hatte dann über Umwege erst noch eine Berufsfachschulausbildung gemacht zur Chorleiterin, Ensemble-Leiterin in der Popularmusik. Und habe dann Jazz studiert und anschließend noch an der Pop-Akademie Performing Artist Singer-Songwriting studiert. Ah, cool. Ja. Du bist in Mannheim, ne? Oder irgendwie, ich habe gelesen, Mannheim und München, die beiden Städte fielen immer. Ja, genau. Also ich habe einfach die ersten 20 Jahre meines Lebens in München gewohnt, bis ich dann fürs Studium gewechselt habe. Und bin aber nach wie vor einfach sehr viel in München und habe da auch meinen Anschluss. Und jetzt bist du wirklich vollberuflich Musikerin. Also du machst nichts anderes sozusagen noch nebenher. Genau. Cool. Jetzt ist ja am 30. Juni 2023 dein neues Album erschienen. Das heißt Kaleidoskop. Das wievielte Album ist das von dir? Mein zweites. Dein zweites. Mein zweites Album. Und wie kamst du auf den Namen? Weil ein Kaleidoskop ist ja, wenn ich mich richtig erinnere, so ein Ding, was man sich vor das Auge hält und dann dreht. Und dann fallen da diese bunten Kristalle so in Muster, ne? Mit so Spiegeln drin und sowas. Ja, genau. Ah ja, das ist das. Genau. Warum dieser Name? Also ich lag unter einem Baum. Es war auch ziemlich heiß. Es war ein ziemlich heißer Sommertag. Ich lag unter dem Baum und habe in die Krone reingeschaut. Und ich fand dieses Bild, auch jetzt, wenn ich aus dem Fenster schaue, diese Sonne, wie sie durch die Blätter durchscheint und die Blätter sich bewegen. Es dreht sich, es wandelt sich alles. Und irgendwie hat mich dieses Bild von dieser Baumkrone an einen Kaleidoskop erinnert. Und ich lag da aber auch mit dem Gedanken, ey, krass, hey, die Bäume, die sind alle schon so ausgetrocknet. Der Klimawandel ist da. Und auf der ganzen Welt brennen gerade die Wälder, die Regenwälder, unsere wichtigen Lungen der Erde brennen einfach weg. Und manchmal kommen dann einfach so Ideen und man, ich weiß nicht, oft macht es auch gar nicht so viel Sinn, aber auf einer kreativen Ebene kann man das total cool einfach weiter spinnen, sozusagen den Gedanken. Und ich dachte mir, hey, wenn wir auch unsere Perspektive immer wieder oder unsere Sichtweise immer wieder ändern könnten, immer wieder wandeln, immer drehen und wenden, neue Perspektiven einnehmen. Wir brauchen einen Systemwandel für mehr Klimagerechtigkeit. Und es wäre so gut, wenn wir echt stetig darüber nachdenken, ey, ist das, was wir gerade tun, ist das das Richtige? Müssen wir was ändern? Ja, und der Song geht letztendlich einfach viel um die brennenden Wälder und letztendlich ja um Klimagerechtigkeit. Und das ist verbunden mit diesem Bild von den bunten Dingen, die sich immer wieder drehen und wenden. Wow, ja, jetzt sind wir schon mitten im Thema, weil Musik und Nachhaltigkeit ist ja so dein großes Ding, also zwei Dinge, die du da so zusammenbringst. Und da würde ich sehr, sehr gerne mit dir auch weiter drüber sprechen, weil ich da mehreres auf deiner Webseite gelesen habe, aber auch im E-Mail-Austausch mit dir, wo ich dachte, hä, okay, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Also wie Musik und Nachhaltigkeit halt auch zusammenhängen können. Zum Beispiel dieses Album, über das wir jetzt gesprochen haben, ist in enger Zusammenarbeit mit einer Nachhaltigkeitsmanagerin entstanden. Da hätte ich schon mal die Frage, was macht denn eine Nachhaltigkeitsmanagerin? Also im Grunde, wir haben einfach uns im Vorhinein sehr viel darüber ausgetauscht, was wird denn anstehen, was wird es für Entscheidungen geben, die getroffen werden müssen. Also zum Beispiel werden wir weit weg aufnehmen, also das Studio wird es weit weg sein, können wir das irgendwie in der Nähe haben, können wir sogar bei uns zu Hause aufnehmen, können wir Ökostrom beziehen bei den Aufnahmen, beim Mixing, beim Mastering. Und dann ging es auch, nach dem ganzen Aufnahmeprozess geht es darum, brauchen wir Merchandise, braucht man ja, um wirklich auch als Musikerin zu leben. Das ist, da ist Merchandise ja wahnsinnig wichtig, aber wie können wir das nachhaltig gestalten? Braucht es Neuware oder können wir auf Secondhand-Merch gehen und so weiter. Also da, ganz wichtig, es war auch, okay, machen wir eine Vinylproduktion, also einen physischen Tonträger und in unserem Fall haben wir uns für die Vinyl entschieden, weil die am längsten sozusagen bestehen kann. Also so eine Vinylplatte, die ist am längsten haltbar, so eine CD geht viel früher kaputt. Ah, okay, ja. Und ja, wir hatten auch ein Presswerk gefunden in der Niederlande, was mega cool produziert. Die sind ganzheitlich, voll auf Klimaschutz. Die nennen sich auch das grünste Presswerk, was sie überhaupt gibt. So, ich weiß nicht, wie sie auf den Vergleich gekommen sind, aber auf jeden Fall sind die ganzheitlich da voll am Start. Deep Grooves heißen die und waren sehr cool in der Kommunikation. Echt mega schön. Dass ihr in so einer Hütte mit Ökostrom aufgenommen habt, das kann man auch auf deinem YouTube-Kanal sehen. Da hatte ich mal in das Video reingeguckt, wo man so ein bisschen einen Einblick kriegt, wie ihr da in dieser Hütte gearbeitet habt. Das fand ich auch eine sehr schöne Atmosphäre so. Die war so cool, ja. Wir haben dort die Vorproduktion gemacht. Wir haben uns dort mit den MusikerInnen getroffen, mit den Backings und haben die ganzen Arrangements fertig überlegt und schon mal Teile aufgenommen. Und das war so schön. Das war auch richtig cool, ja. Ich habe zu viele Fragen, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Vinyl hatten wir es gerade. Das war zum Beispiel sowas, wo ich dachte, das stimmt, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Dass wenn man ja CDs auch brennt und produzieren lässt und diese ganzen Plastikverpackungen dazu und dann noch das Booklet innen drin. Das sind ja alles Dinge, die CO2 vermutlich verbrauchen. Und da einfach mal sich mit zu befassen, zu überlegen, was ist nachhaltiger, was ist länger haltbar, wie du jetzt auch gerade gesagt hast, fand ich ganz spannend. Und jetzt ist ja oft so das Problem, dass man ja denkt, Nachhaltigkeit kostet mehr oder es braucht viel, viel mehr Zeit. Wie ist da so deine Erfahrung jetzt mit, nachdem du dich so sehr damit beschäftigst? Meine Güte. Also ich finde es echt super spannend, weil ich persönlich in meinem Prozess habe nicht mehr gezahlt, weil ich nachhaltiger agieren wollte. Sondern da geht es ja teilweise auch um Verzicht und weniger ist oft mehr in dem Sinne, also in der Debatte. Zum Beispiel Secondhand-Merch kann, naja gut, tatsächlich der Secondhand-Merch, der war glaube ich teurer, wie wenn ich jetzt bei irgendeinem Billiganbieter mir viele Shirts hätte pressen lassen, drucken lassen. Das definitiv. Aber zum Beispiel die Vinyl war billiger wie aus einem anderen Presswerk. Oder zum Beispiel, dass wir einfach veganes Catering angeboten haben und es halt einfach selber gekocht haben oder so. Ja, also es gibt so viele Möglichkeiten. Oder dass wir zum Beispiel bei uns, wir haben teilweise bei uns zu Hause dann fertig produziert. Das ist natürlich für uns ein viel kostengünstigerer Prozess so, wie wenn wir jetzt in ein Tonstudio gehen, was weit, weit weg ist. Also da haben wir auf jeden Fall günstige Lösungen gefunden. Es hat auf jeden Fall Zeit gebraucht für die Recherche. Zum Beispiel, okay, wir wollen in eine Hütte gehen, in ein Holzhaus, was Ökostrom betrieben ist. Wo finden wir das? Dann musst du ewig suchen. Du hast natürlich in der Zwischenzeit schon 15 andere Airbnbs gefunden, die nicht Ökostrom betrieben sind. Also das sind halt so Prozesse. Da musst du ein bisschen länger suchen. Aber wenn man da das richtige Netzwerk hat oder zum Beispiel das Music Declares Team, da konnte man immer total gut einfach Fragen stellen und hat Antworten bekommen. Wenn man in der Bubble irgendwie schon unterwegs ist, hilft man sich irgendwie aus und hat die Antworten schon parat. Aber natürlich, wir bewegen uns ja jetzt total auf diesem individuellen Konsum. Und wenn wir jetzt eine ganze Branche oder die ganze Gesellschaft umstellen wollen auf Nachhaltigkeit, dann muss natürlich Geld investiert werden. Aber bei mir im individuellen Verbrauch, bei mir ist es nicht so, dass es jetzt teurer wurde. Höchstens ein bisschen mehr Zeitaufwand halt im Moment noch, solange es einfach noch nicht genug gibt davon. Das mit dem Catering ist natürlich auch eine schöne Idee, dass man das einfach selber kocht. Wie ist es mit Strecken zurücklegen? Weil gerade als MusikerIn ist man ja auch viel unterwegs. Man geht auf Tour, man gibt Konzerte, hat irgendwelche Termine. Versuchst du viel mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Ja, also alles, was auch weiter wie eine Stunde weg ist, mache ich eigentlich immer mit dem Zug. Vor allem, wenn ich alleine unterwegs bin, mache ich fast alles mit dem Zug, weil ich nicht viel Gepäck habe. Und ich merke dann aber, dann müssen meine Veranstalter natürlich auch mit mir kooperieren und mir eventuell ein Gitarren-Amp ausleihen. Nein, jetzt haben wir schon umgestellt. Wir haben letzte Woche gerade viel geprobt mit Amp-Simulators. Das heißt, wir brauchen kein Amp mehr mitschleppen. Und haben jetzt auch zu zweit, sind wir nach Hamburg gefahren am einen Tag. Am nächsten Tag wieder zurück, sind von uns aus fünf Stunden. Und das sind eigentlich, ich liebe Zugfahren. Ich finde es viel besser wie mit dem Auto. Also, trotzdem merke ich gerade bei unserem, also das Booking ist einfach wahnsinnig schwer. Jetzt gerade auch nach Corona, die Leute sind, alle müssen sich gerade umstellen. Und ich merke das auch wahnsinnig in dem Booking-Prozess, wie da einfach noch keine richtige Routine mehr drin ist oder eine gelassene Routine, sondern es ist gerade einfach sehr, sehr viel im Wandel. Und so haben wir auch keine coolen Routings zusammenbekommen. Das heißt, wir haben jetzt schon irgendwie ein Konzert drei Stunden weg und dann zwei Tage später nochmal drei Stunden weg in eine leicht andere Richtung. Aber es ist kompliziert. Wir fahren dann doch leider öfter als gewünscht mit dem Auto oder mit zwei PKWs oder einem größeren Bus, wo ich eigentlich total gerne mit dem Zug fahren würde. Und manchmal ist das Routing auch einfach nicht so praktisch. Aber wir versuchen es zumindest. Und ich finde, das ist halt auch total wichtig, dass man immer diese Fragen mitnimmt vor jeder Entscheidung. Ey, gibt es eine klimafreundlichere Version? Ja, ich glaube, das ist auch einfach so, dass es geht nicht darum, dass man es perfekt macht und von Anfang an komplett richtig und so und immer und 100 Prozent, sondern einfach den Gedanken, wie du sagst, den Gedanken schon mal dabei zu haben, ist schon mal ganz, ganz viel wert. Und seien es dann auch nur so kleine Dinge, die man dann vielleicht letztlich hinbekommt. Und wenn das halt noch nicht geht, geht es halt noch nicht. Ich habe auch gelesen, dass ihr versucht, was so Webseite angeht oder Cloud Services, dass ihr da auch versucht, irgendwie nachhaltiger zu werden. Also, dass es quasi noch Luft nach oben gibt, auch für euch, für eure Arbeit. Ja, richtig. Das sind die Punkte, die ich aufgezählt habe, die ich auch immer noch nicht umsetzen konnte, weil dann einfach viel Umstellung wieder passieren muss. Und das steht aber eben auf der Agenda, dass das noch erledigt werden muss. Aber das ist halt auch das Coole, dass man sich immer wieder, dass man immer neue Dinge entdeckt. So, stimmt, krass. Handyvertrag, da gibt es auch grünere Handyverträge. Ey, dann mache ich das so. Aber ganz viel weißt du ja auch gar nicht. Und letztendlich, wir reden ja jetzt auch wieder einfach von dieser individuellen Verantwortung. Ich finde, wir sitzen alle in einem Boot, wir haben alle Verantwortung. Natürlich ist es nicht der größte Impact, ob ich jetzt einen grünen Handyvertrag oder eine grüne Cloud habe. Aber es ist ein Impact. Und jedes CO2, jedes Gramm CO2, was in die Atmosphäre steigt, ist kein gutes Gramm. Wir müssen quasi jedes Gramm einsparen und dürfen aber auch nicht in dem Perfektionismus zu starr werden oder zu krass verharren. Und so, ich habe das Gefühl, ganz viele scheuen, sich überhaupt anzufangen oder haben da so eine gewisse, schieben das Thema gleich ganz weg, weil sie gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen oder das Gefühl haben, es bringt doch eh nichts. Also da ist so ganz viel Berührungsängste. Und deswegen sage ich, ey, jeder kleinste Schritt ist doch schon cool. Mach doch einfach ein bisschen weniger. Hey, wenn du unbedingt Fleisch essen willst, dann mach doch einmal im Monat ein richtig geiles Steak. Aber den restlichen Monat versuch doch einfach mal auf die Wurst am Morgen zu verzichten. Es gibt so viele andere Alternativen. Also es geht ja letztendlich voll viel um das gesellschaftliche, gemeinschaftliche Umdenken, dass wir Dinge mitdenken, dass wir alle unsere Gedanken ein bisschen hin zu Klimafreundlichkeit lenken. Und dann wird es auch automatisch außenrum sozusagen mit sich verändern. Das war jetzt kompliziert gesagt. Doch, ja, aber ja, ja, ich bin die ganze Zeit sehr am Nicken, ja, ja, ja. Irgendwas hatte ich dazu gerade noch sagen wollen, das ist mir aber entfleucht, aber eigentlich hast du auch schon alles dazu gesagt. Ja, also ich meine, letztendlich liegt es auch an den großen Playern, ist ja klar. Die großen Player, wenn die mal was in die Hand nehmen würden, ey, dann wäre schon so viel getan. Alle anderen würden automatisch mitziehen, wenn wir gar nicht erst die Möglichkeit hätten, das klimaschädlichere Produkt irgendwie zu kaufen etc. Dann wäre das auch alles ein viel, würde die Verantwortung nicht so bei uns liegen. Und es ist auch ein Quatsch, dass bei den Konsumenten so viel Verantwortung liegt. Ja, das stimmt. Jetzt weiß ich auch wieder, was ich sagen wollte. Nämlich, ich wollte noch kurz auf das Wort Verzicht eingehen, weil ich glaube, auch das ist was, was Leute so zurückschreckt. Die haben dann Angst davor, ihre Comfortzone verlassen zu müssen und neue Wege gehen zu müssen. Und oh Gott, ja, und dann muss ich ja verzichten auf mein leckeres Essen, auf warmes Duschen, auf mein Auto, auf, ne? Und ich glaube, dass das Wort trifft es auch nicht ganz. Wie du eher sagst, es ist eine Umstellung, es ist ein Neudenken, es ist ein Ausprobieren und das kann auch Spaß machen. Voll. So eine Überraschung, ne? Ja, ja, ja. Aber ich habe vorhin das Wort Verzicht in den Mund genommen und in dem Moment habe ich mir schon gedacht, nee, das trifft es auch nicht. Also ich bin da ganz bei dir und ja, absolut. Es kann natürlich auch sein, dass Change-Prozesse ein bisschen anstrengend sind und das ist auch okay. Aber mit dem Gedanken, dass es danach ja einem viel besser gehen wird, das muss man im Hinterkopf haben. Change-Prozesse sind immer dafür da, dass es uns danach besser geht. Ja, und es ist auch nicht dafür da, dass ich mich irgendwie vor meinem Nachbarn profilieren kann und irgendwie sagen kann, ich mache das besser als der, weil ich habe jetzt nur einmal in der Woche mein Auto benutzt. Darum geht es auch nicht, ne? Weil wie du sagst, wir sitzen hier alle in einem Boot. Ja, genau. Schön fand ich auch, dass du auf deiner Webseite nochmal klar schreibst, dass die Musikindustrie jetzt gar keinen so riesigen ökologischen Fußabdruck hat und in dem Sinne jetzt auch nicht so viel machen kann so. Aber dass es halt auch bei der Musik gerade darum geht, dass ja das etwas ist, was in den Menschen etwas bewegt und was zum Umdenken helfen kann oder berühren kann, irgendwas in den Köpfen und in den Herzen macht, ne? Und dass man das wiederum eben als Musikerin nutzen sollte. Ja. Musik ist ja überall. Wenn wir durch den Supermarkt laufen, wir hören Musik. Wir hören im Radio Musik. Radio nicht mehr allzu viel, aber irgendwie im Auto, wenn wir rumlaufen. Es ist weniger geworden, ja, ja, ja. Aber Musik ist überall und die beeinflusst automatisch. Und wenn unsere Lieblings-Acts das Thema Mitdenken, das Thema überhaupt mal kommunizieren und ihre Fans damit ansprechen würden, das würde schon so viel bewegen. Und das ist, ja, wir haben da so viele Möglichkeiten als MusikerInnen, unsere Bühne zu nutzen. Ja. Ich hatte irgendwo noch gelesen, dass du Pflanzenableger verschenkst an deine Fans. Ja, das war, das ist schon, das war während Corona. Ich hatte von meiner ehemaligen Gesangsprofessorin einen riesen, riesen, eine riesen Pilea bekommen. Also die war wirklich extrem groß. Und davon hatte ich ganz viele Ableger gemacht. Und während Corona sind ja sehr viele Menschen plötzlich zu GärtnerInnen oder HeimgärtnerInnen geworden. Ja, ja. Und ich auch. Und ich hatte extrem viele Ableger und habe die dann verschenkt und habe dann auch sehr viele andere Ableger noch in meinem Zuhause gefunden. Und die Pileas wären jetzt wieder soweit. Also nach zwei Jahren ist wieder einiges nachgekommen. Wer eine will, ich verschenke sie gerne. Kann man dann zu einem Konzert von dir kommen und kriegt noch eine Pflanze mit. Das ist doch super. Ja. Du hast einen Green Rider erstellt für nachhaltige Albumproduktion in der Musikbranche. Erzähl mal, was ist das? Was hast du da gemacht? Zusammen mit Music Declares Emergency, das ist eine Organisation, die aus der Musikbranche heraus den Klimanotstand ausruft, haben wir diesen Green Rider entwickelt. Und mein Freund, der Produzent und Schlagzeuger, Julian Losigkeit, der hat auch seine Masterarbeit über die Musikproduktion, also klimafreundliche Musikproduktion, geschrieben. Und mit ihm haben wir dann wiederum einen Green Rider erstellt zum Thema, für die Studios sozusagen, also wirklich für die Musikproduktion, für Studio. Ich habe den Green Rider konkret mitentwickelt zum Thema Touren. Das heißt, wenn ich zum Konzert, also wenn ich zu einem Veranstalter gehe und sage, ey, wir spielen ja dann und dann, dann steht halt drin, was man zum Beispiel essen möchte oder wie viel Essen man braucht oder wer alles mitkommt, so Travel Party. Und wir haben da eben drinstehen, veganes Catering, möglichst auf Plastik verzichten, möglichst wenig Verpackungen, gerne bioregional, auf gewisse Siegel achten. Wir würden uns wünschen, dass die Geldtransfers über ökologische Banken gehen würden. Das ist natürlich klar, dass nur wenn ich mit einem Veranstalter schreibe, hey, könnt ihr mal eure Bank wechseln, wird natürlich nicht stattfinden. Das ist auch gar nicht gedacht, aber man kann es ja mal mit anstupsen. Also es ist überhaupt nicht hier mit dem, es soll überhaupt nicht der Zeigefinger erhoben werden und sagen, mach das so und so und so. Das sind einfach nur so Guidelines oder Ideen, Vorschläge. Es geht darum, in den Austausch zu gehen. Und man kann diesen Rider quasi online finden oder wie und dann für sich selber anwenden oder umschreiben oder so. Genau, genau. Es ist ein Dokument, was sich, wir sind gerade noch am entwickeln. Wir haben jetzt auch eine PDF erstellt, aber es ist im Grunde ein Dokument, was man für sich selber einfach anpassen kann, wo man selber reinschreiben könnte. Es gehen da auch um Nightliner-Stellplätze und so weiter und so fort. Oder zum Beispiel die Hotels, die Veranstaltende oft booken, dass es grüne Hotels sind, dass sie nicht so weit weg sind, damit der Fahrtweg nicht so... Also da gibt es alles Mögliche. Da muss man selber gucken, was ist für einen wichtig und was nicht. Du erzählst jetzt immer von wir und da hätte ich jetzt einfach mal die Frage, wer seid denn eigentlich ihr? Also was hast du für ein Team? Wer ist da noch dabei bei dir? Ja, in dem Fall ging es jetzt um Music Declares Emergency, also die Organisation. Oft ist in dem Prozess die grüne Nachhaltigkeit, die grüne Musikproduktion eben noch der Julian, mein Freund und Produzent, mit dabei gewesen. Oder auch eben die Nachhaltigkeitsmanagerin, mit der ich mich sehr ausgetauscht habe. Aber ich habe natürlich sonst auch noch Management und Label mit dabei, die ich auch sehr einbinde in diesen Prozess, die das auch mitdenken. Und es ist ja auch super wichtig, dass das Team mit dabei ist. Und ich merke, wenn ich eine Fotografin oder einen Videograf etc. suche und feststelle, ey, die befassen sich auch damit, dann hat man schon mal irgendwie einen gleich coolen Vibe. Und ja, das ist auf jeden Fall bei uns auch ein Fokus, dass wir wirklich auch alle im Team, selbst wenn sie sich noch nicht so viel damit beschäftigt haben, dass wir denen auch einen Rider mitgeben und sagen, ey, wir achten darauf und wir fänden es mega cool, wenn du da auch drauf achtest. Wie sind denn diese ganzen Kontakte so entstanden? Das wäre jetzt quasi so eine Frage hin zu, okay, man hat jetzt irgendwie Musik studiert und jetzt kennt man irgendwie so ein paar coole Leute. Wie schafft man jetzt den Absprung zu sagen, okay, und jetzt ist das mein Hauptberuf. Jetzt habe ich ein Team, jetzt habe ich ein Label, jetzt habe ich Agenten. Yeah, los geht's. Oder wie lief das bei dir ab? Also während dem Studium habe ich einfach auch schon sehr viel gespielt, weil das so automatisch kam. Das war einfach etwas, wir hatten da unfassbar Bock drauf, also haben wir uns selber Touren organisiert. Damals natürlich noch ohne Agentur. Und ich finde, das Netzwerk, auf was ich heute zurückgreife, ruht einfach auf diesen vielen, vielen Jahren, die schon vergangen sind, wo ich schon in diesem Business drinstecke oder in meiner Arbeit. Die Songs, ich habe meine ersten Songs vor 15 Jahren, 16 Jahren geschrieben und bin seit 12, nee, wann war ich das erste Mal im Studio mit meinen eigenen Songs, auch schon vor fast 14 Jahren, glaube ich. Und dann so nach und nach, da kommen natürlich so, das Netzwerk baut sich langsam und stetig auf und ist aber dadurch total nachhaltig, weil ich nicht von heute auf morgen irgendwie aufgeploppt bin und gar nicht weiß, wo was wie steht. Ich finde es total schön gerade. Ich habe viele, viele Freunde in dem Musikbusiness, also nicht im Businessbereich, sondern eher vor allem Artists, mit denen ich mich sehr lange schon austausche, wie wir es machen wollen und was wir machen können. Das finde ich auch so schön zu wissen, ey, Ellenbogen hat hier überhaupt nichts verloren. Man braucht kein Ellenbogenverhalten in der Musikindustrie und wer das noch an den Tag legt, der ist irgendwie ein bisschen viel am Platz. Hier und da stoßt man ja doch drauf, aber ich finde es echt total schön, was eigentlich man alles tun kann und wie man es tun kann. Es ist leider nicht überall der Platz so dafür da, habe ich das Gefühl. Also es funktioniert nicht immer, aber in meiner Bubble, in meinem Umkreis funktioniert es super. Also es ist mehr so ein rein Wachsen und ein stetiger Prozess über Jahre, bis man wirklich sagen kann, so und jetzt bin ich schon mal wo angekommen. Wobei du wahrscheinlich als Künstlerin ja auch sagen würdest, du bist nie irgendwo angekommen. Ich bin auf gar keinen Fall angekommen, genau. Das ist immer fatal, wenn man als Künstlerin irgendwo ankommt, das geht nicht. Ja, das ist gut, dass du das sagst, weil ich frage mich immer, wann komme ich dir das eigentlich mal an? Ich muss doch noch tausend Dinge lernen und es muss doch immer noch wachsen. Aber das stimmt. Ich glaube, es gehört dazu. Ja, ich denke da immer an meinen Schwiegervater, der ist Bildhauer, der ist inzwischen über 80. Der steht immer noch in der Werkstatt. Der kann zwar viele Dinge auch einfach nicht mehr machen und wir müssen ihn auch manchmal davon abhalten, Dinge zu machen, weil es wirklich körperlich anstrengend ist, was er da tut. Aber ich kann ihm auch nicht sagen, dass er das nicht mehr tun soll, weil er ist Künstler, der muss schaffen. Und das denke ich irgendwie auch. Ich glaube, wenn man Künstlerin ist, dann macht man das, weil man das muss irgendwie, weil man immer noch ein Ziel hat, auf das man dann doch nochmal zuarbeiten will. Das ist ja irgendwie auch das Schöne da dran, ja. Ach, genau, jetzt hatten wir es von deinem Team. Wir haben es noch gar nicht so richtig von deiner Musik jetzt so inhaltlich gehabt. Wir hatten es jetzt von dem ganzen Nachhaltigkeitsthema und dem ganzen Rahmen drumherum. Aber möchtest du gerne noch was zu deiner Musik erzählen? Was ist das für ein Stil? Was hast du für Inspirationsquellen? Worum geht es und so? Also ich habe als Singersongwriterin angefangen. Ich habe früh Gitarre gelernt und habe einfach Songs an der Gitarre geschrieben. Und das mache ich bis heute meistens an der Gitarre direkt. Also das heißt, in so einem ganz intimen Rahmen entstehen die Songs, manchmal am Klavier, selten am PC. Und durch die Einflüsse oder auch durch das, was ich einfach höre, was hauptsächlich Neo-Soul ist, kommen Soul- und Jazz-Einflüsse rein. Also natürlich auch durch mein Jazzstudium und so weiter. Und so sage ich immer, es ist Singer-Songwriter-Musik mit Jazz- und Soul-Einflüssen. Und ja, also letztendlich fließt einfach das rein, was ich höre. Und das ist zum Beispiel Lianne La Havas, Jordan Rakai, viele aus L.A., so Moonshild zum Beispiel, die Neo-Soul-Leute. Oder auch die 90er-Jahre Neo-Soul, Queens and Kings, hier D'Angelo oder Erykah Badu, waren frühe Einflüsse, sehr starke Einflüsse von mir. Ganz früh habe ich mit den Beatles und Red Hot Chili Peppers begonnen. Was ich auch immer total spannend finde. Es sind einfach schon echt, also immer wieder bin ich super fasziniert von diesen beiden Bands. Ist jetzt musikalisch wo etwas anderes. Aber zum Beispiel die Riffs von den Red Hot Chili Peppers, diese Pickings, ich habe gefühlt alle nachgespielt. Und ich spiele immer noch wahnsinnig gerne an der Gitarre einfach Pickings. Ich bin keine Strumming-Gitarristin sozusagen, sondern ich spiele meine Pickings und ein bisschen, vielleicht mal ein bisschen jazzigere Harmonien. Auch nicht wirklich. Es ist auf keinen Fall Jazz, was ich mache. Heißt Picking zupfen? Ja, genau. Okay, danke. Aber auch nicht nur, ja, zupfen könnte ja auch bedeuten, dass es nur so ein Ding, die Ding, 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 Ding. So, ne, so einzelne Töne. Und ein Pickings ist ja meistens dann immer gleich was, was ein bisschen Wolkigeres sozusagen, weil es sind viele Töne gleichzeitig mit mehreren Fingern gespielt. Ah, so Akkorde oder so. Und so, ne, also das. Okay, darunter kann ich mir jetzt aber was vorstellen. Jetzt, wo du das gesungen hast. Ja, 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 ja. Und es ist halt was anderes als Schrammeln sozusagen. Ja, genau. Wo man über alle Seiten dann drüber geht. Okay. Ja. Ja, gut. Wie kamen wir da jetzt drauf? Ach, wegen der Butter Chili Peppers. Genau. So, ich mag auch echt wahnsinnig gerne so neue Singer-Songwriterinnen wie Lizzie McAlpine oder Maro. Oh, die sind der Wahnsinn. Das ist der Hammer. Ich liebe das. Oder, ach ja, da gibt es so viele. Also es ist eine wilde Mischung aus diesen sehr soulful Artists. Und wie entsteht dann bei dir ein Song? Hast du erst die Gitarre, hast du erst einen Songtext oder erst eine Melodie? Immer anders. Hm. Echt immer anders. Und manchmal treibt mich einfach ein Thema total um, aber oft sitze ich an der Gitarre und es kommen irgendwie eben Pickings zustande, die ich mag, worauf ich länger rumjamme. Und ich singe dann manchmal auch einfach Fantasietexte dazu und stelle dann fest, ah, anscheinend treibt mich also dieses Thema um. So, manchmal kommen auch einfach Wörter aus dem Kopf, eher unterbewusst, die aber einiges bewusst legen sozusagen. Mhm. Du hast ja auch Musikvideos auf YouTube. Hast du da quasi auch ein Team, was dir da hilft, diese Musikvideos zu drehen? Weil die sind sehr, wow, also gut produziert, sage ich einfach mal. Es ist jetzt kein Handyvideo. Freut mich, dass sie dir gefallen. Ja, ist schön. Ja, das sind verschiedene, eigentlich verschiedene Teams. Also es gibt verschiedene Videografen, mit denen ich, oder Videografinnen auch zwei, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Und die sind halt einfach super. Die sind, das sind gute Leute und die wissen, was sie tun. Und dann kommt zum Glück was bei raus. Ich mache da ja gar nicht viel. Das machen die ja alles. Ja. Das ist natürlich geil, wenn man so ein Team hat. Ja, davon träume ich immer ein bisschen. Ich mache sehr, sehr viel selber. Ich komme ja aus dem Theater. Ich weiß gerade nicht, ob das klar ist. Ich komme aus dem Theater. Und habe manchmal so die stille Hoffnung, dass ich irgendwann mal ein Team habe, was mir bei diversen Dingen hilft. Und wenn es auch einfach nur darum geht, die Bühne aufzubauen. Ja, mit den ganzen Requisiten und so. Das mache halt doch dann irgendwie immer ich. Und das stelle ich mir irgendwie sehr schön vor, wenn man da einfach Leute hat, die auch wissen, was sie tun und die gut sind in dem, was sie tun und dann mit einem so da dran was arbeiten können. Das klang jetzt sehr undankbar. Ich liebe meinen Job. Aber manchmal gibt es halt so Tage, da hätte man gerne jemanden, der einen ein bisschen mit anpackt. Ja, voll. Und das Verrückte ist, dass, wenn du das jetzt so erzählst, mir geht es eigentlich auch so, dass ich mir immer denke, boah, ich hätte gern noch ein größeres Team, was noch mehr Aufgaben übernehmen kann. Also es hört irgendwie nicht auf. Die Aufgabenliste, die wächst einfach unfassbar. Aber du hast recht, also zum Glück, auch dank einer riesengroßen Förderung, konnte ich auch eben solche Leute halt engagieren und bezahlen. Ja. Und wenn es dann Profis sind, muss man ihnen zum Glück gar nicht sagen, um was es geht. Die machen dann einfach und sind einfach richtig gut da drin, wenn es eh zusammenpasst. Ja, aber ich finde auch gerade in dieser Selbstständigkeit oder in dieser künstlerischen Welt, ich glaube, es gibt einfach so viele Dinge, die man immer tun kann, tun muss. Und einfach, man könnte an jeder Ecke selber anpacken, oder? Also von Homepage über Grafiken, über Booking, über Autofahren, also den Tourbus fahren, etc. Also es ist, ja. Ja. Konzerte, du gibst auch Konzerte natürlich. Ich habe gelesen, du kommst nach Ulm, nach Freiburg, nach Rulfingen, Rulflingen. Oh, jetzt habe ich mich nicht richtig aufgeschrieben. Ja. Rulfingen. Rulfingen. Wo ist denn das? Rulfingen ist im Schwarmländle, glaube ich. Oje, Allgäu. Im Süden. Okay. Wir googeln das nochmal. Köln war auch noch dabei. Also du bist noch ein bisschen unterwegs. Und du bist dann mal Solo und mal aber auch mit voller Band unterwegs. Ja. Das sind unterschiedliche Termine. Cool. Was erwartet einen bei so einem Konzert von dir? Ist das so eine gemütliche Sitzatmosphäre oder wird da auch mal getanzt oder erzählst du was zwischen den Songs? Ja, ich erzähle schon auch gerne zwischen den Songs. Und letztendlich ist es schon eher das Gemütliche. Ich mache keine Bestuhlung mehr der Konzerte, weil es auf jeden Fall was Lockeres haben darf. Also es wird gestanden, es wird viel mit dem Kopf genickt. Es wird, glaube ich, viel auch in der Hüfte mal, aber nicht, also es wird selten getanzt, aber es wird immer gerne mitgegroovt. Und die Leute können sich auf jeden Fall entspannen, so ein bisschen aus dem Alltag rausbeamen bei uns. Und können entspannt zuhören und aber auch gespannt sein, was als nächstes passiert. Weil ich glaube, auch vor allem, wenn wir mit Band spielen, da passiert schon wahnsinnig viel. Und es sind alles so gute Musiker, die ich hier mit dabei habe. Und gerade wenn wir dann auch noch mit den Backings unterwegs sind, da würde ich immer selber am liebsten einfach nur dastehen und zuhören, weil ich die schon so unfassbar faszinierend finde. Es macht schon Spaß. Oh, wie schön, ja. Wie ist so das Feedback auf deine Musik, also auf deine Konzerte, aber jetzt auch auf das Album, was ja jetzt noch gar nicht so lange draußen ist. Was kam da so für Feedback rein? Ich finde es total spannend, diese Frage, weil es gibt immer wieder ein paar Leute, die mir eine Nachricht schreiben oder mich ansprechen und sagen, sie sind total faszinierend. Sie finden es mega krass und es spricht sie total an. Ich glaube, es ist schon Nischenmusik. Ich glaube, es gefällt nicht den allermeisten Leuten, aber ich glaube vielen. Es ist auch nicht Musik, die total polarisiert, das auch nicht. Aber ich finde es auf jeden Fall total spannend, wen es anspricht und wen es dann so richtig catcht. Also es gibt sehr, sehr unterschiedliche Feedbacks und das finde ich auch richtig gut. Das finde ich schön. Das heißt, du bist manchmal überrascht davon, wer sich angesprochen fühlt? Und auch, ja, wobei, meistens kann ich es dann schon gut nachvollziehen. Wenn ich dann, wenn ich die Person vor mir habe, dann wäre ich so, ah ja, cool, schön, das freut mich. Es passt gut. Das ist doch cool, super. Ich hatte noch gelesen, dass du irgendwas mit dem Rat, also R.A.T. für Kunst und Kultur Mannheim zu tun hast. Ja, genau. Ich bin die Sprecherin der Sektion Musik. Das ist eine von sieben Sektionen, beziehungsweise sechs Sektionen vom Rat für Kunst und Kultur. Und es geht darum, dass wir die Szene einfach zueinander bringen, dass wir vernetzen, dass wir die Bedürfnisse der Szene verbalisieren und auch an die Politik herantreten und einfach aktiv sind und die Leute zusammenbringen. Also eine Art Netzwerk und Sprachrohr sozusagen für die freie Musikszene so. Ja, vor allem Sprachrohr ist der Sinn und Zweck, genau. Geht es nur in Mannheim oder ist es größer? In dem Fall ist es nur städtisch, also nur Mannheim. Aber so große Lobbys, kann man das sagen? Ja, wir haben ja keine, ja. Genau, das ist ja das Spannende. Ich finde, es hat auch letztens wieder jemand gesagt, ja, hier die MusikerInnen oder die Musikindustrie, die ist doch so vorwärtsgewandt. Und ich sage mal, ehrlich gesagt, sind wir schon ganz schön, also klar, es sind kreative Köpfe dabei, die wahnsinnig out of the box denken und dadurch auch total nach vorne gewandt denken. Aber wir haben trotzdem so krasse alte Strukturen. Wir stecken in so alten Systemen drin und es gibt bei uns eben kein, zum Beispiel kein Genderbeauftragter oder keine Quote oder keine, ja, kein Awareness-Team im Unternehmen, weil wir kein Unternehmen, kein großes Unternehmen sind. Oder, ne, wir stecken nicht alle unter einem Dach, sondern wir haben einfach so viele EinzelakteurInnen und jeder muss selber für sich kämpfen. Oder kämpfen ist ein blödes Wort, aber jeder ist so in seinem Selbsttrott und muss schauen, wie er es hinkriegt. Und jeder muss für sich selber die Dinge nochmal neu erlernen und da ist oft gar nicht die Zeit, über Fortschritte nachzudenken, weil man erstmal hinterherhinkt und erstmal versucht, hinterherzukommen. Also die Musikindustrie ist ja schon sehr schnelllebig und trotzdem nicht unbedingt modern und das finde ich echt sehr faszinierend. Aber gut, dass es sowas wie diesen Rat gibt, ne, also dass es irgendwie Organisationen, Möglichkeiten gibt, auch zur Politik hingehen zu können. Ähm, das ist auch was, was ich beim Theater immer, ist eigentlich ganz genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Beim Theater ist es auch so in der freien Szene, dass jeder so für sich irgendwie immer arbeitet und versucht und versucht und versucht. Und dann kommt irgendwas von oben, von der Politik und alle sind aufgeregt und also, ne, man hat da nicht so richtig eine Organisation für. Ja, ich finde es ist total wichtig, dass die Bedürfnisse der AkteurInnen gehört wird, weil ganz oft von der Politik Dinge gemacht wird in dem, ne, die wollen, wollen ja nichts Böses so, wollen eigentlich was Gutes machen, aber es ist vielleicht dann manchmal auch einfach vorbei an dem, was eigentlich das Bedürfnis ist. An der Realität, ja, genau. Oder das ist die Realität, aber woher soll es auch, also woher soll es auch wissen, ne, so, es muss irgendwie auch ausgesprochen werden oder es muss halt aktiv einfach die Kommunikation gesucht werden. Und, ähm, deswegen ist es total wichtig, dass wir uns da auch wirklich zusammentun und verbalisieren. Wir hatten heute Morgen, hatte ich das Gespräch mit einem Kollegen und der meinte, ähm, der ist nicht von der künstlerischen Seite her, sondern eher aus der Promoseite und er meinte, ähm, es wäre total wichtig, dass sich die MusikerInnen auch öfter beschweren, weil die Industrie total schlecht mit den MusikerInnen umgeht und die überhaupt nicht, äh, wertschätzt für das, was sie tun. Dabei geht ja eigentlich alles um die MusikerInnen. Wenn die nicht da wären, würde ja die Industrie gar nicht existieren. Und dann hatten wir es auch davon, wie schwer das aber ist für, für die MusikerInnen, ähm, diesen Schritt zu machen, sich zu beschweren, weil sie es oft auch gar nicht anders kennen und ja eigentlich quasi in der künstlerischen Arbeit stecken und sowieso schon so viel zu tun haben. Also, ähm, hier ein Sprachrohr, das ist ganz wichtig, dass wir hier auch ein großes, ein allgemeines Sprachrohr finden für die, für die Szene. Super wichtig. Ja. Und ich will noch was hinzufügen, was ich jetzt gerade nicht gesagt habe und nicht, dass das dann unvollständig bleibt. Sowas gibt es auch im Theater, solche Sprachrohre. So, zum Beispiel in Rheinland-Pfalz gibt es den Landesverband Professioneller Freier Theater. Das ist auch so ein Sprachrohr zwischen den Kulturschaffenden und der Politik. Sehr gut. Und, äh, fungiert wie so eine Art Lobby, so. Das wollte ich jetzt nur gerade hinzufügen, nicht, dass Leute denken, äh, es gäbe da nichts. Da gibt es schon was. Ja. Auch im Theaterbereich, ja. Gibt es auch in anderen Bundesländern. Genau. Ja, sehr cool. Auch schön, dass du dich da engagierst und da Sprecherin bist. Super. Aber, ähm, ja, gibt es noch weitere Projekte, Ziele, an denen du jetzt gerade arbeiten möchtest? Oder machst du jetzt erstmal deine, deine Herbst-Winter-Tour und dann schaust du mal weiter? Oder hast du schon das nächste Album im Hinterkopf? Also, ich freue mich darauf, äh, jetzt ein bisschen zu spielen wieder. Ähm, wir werden aber auf jeden Fall, es gibt noch einige Videos, äh, die noch nicht veröffentlicht sind. Die werden jetzt auch nach und nach kommen. Und wir werden noch den einen oder anderen Remix veröffentlichen und, ähm, eine Akustik-Version, wenn's, wenn alles klappt. Also, es wird jetzt, es geht schon wieder in die nächste Release-Phase. Und ich freue mich aber auch einfach wahnsinnig darauf, mal, äh, richtig abzuschalten und Songs zu schreiben. Und das wird spätestens im Frühjahr passieren. Einfach mal einen Monat komplett raus und wirklich sich einfach nur diesem kreativen Prozess widmen. Denn das geht zu oft leider, äh, voll unter in all dem Business-Getur. In dem ganzen Grusel, ja. Oh, das klingt aber schön. Was macht dir denn sonst so Freude, abgesehen von Musik? Hast du noch Hobbys? Das ist total lustig, dass du diese Frage stellst. Weil ich hatte mir gerade eben noch überlegt, so, krass, irgendwie, ich hab, ich hab jetzt gefühlt mich immer nur beschwert. Und das ist etwas, was mir sowieso aufgefallen ist durch den vielen Aktivismus. Man ist ständig am sich beschweren oder Dinge, den Fokus legen auf das, was noch nicht gut läuft. Ja, und zum Thema sich beschweren, man beschwert sich selber. Man beschwert die eigenen Schultern sozusagen. Und deshalb ist es voll wichtig, sich auch auf die Freude zu fokussieren. Und, äh, nochmal zurück zu deiner Frage. Was macht mir Freude außerhalb der Musik, gell? Das war die Frage. Wir machen Wälder total viel Freude, spazieren im Wald, spazieren in, in der Natur, in den Bergen. Wir machen Tiere wahnsinnig viel Freude. Mir macht es wahnsinnig viel Freude, mit Menschen einfach abzuhängen und, ähm, irgendwie Kartenspiele zu spielen oder sowas. Das ist einfach sowas ganz entspannt Cooles zusammen lachen. Ähm, das ist einfach, das ist, ja, das ist was sehr Schönes. Hast du Tiere? Nee, ich hab, äh, ich hatte früher, äh, Haustiere, die ich dann abgegeben hab. Und ich mochte auch einfach den, äh, den Gedanken nicht, dass ich, äh, mir erlaube, Wesen einzusperren. Das fand ich, äh, also ich hab, hab mir dann gedacht, nee, also so, 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 so was Freilebendes wie, äh, eine Katze oder so, die sich dann hier was Gemütliches sucht, um zu schlafen, aber sonst draußen abhängt. Das finde ich total cool, so. Oder auch, klar, Hunde, die, die ja das lieben, äh, in, in deiner Anwesenheit zu sein, sozusagen. Ja, in so einer Gemeinschaft, ja. Ja, aber alles, was, äh, was mehr eingesperrt ist, werde ich mir auf jeden Fall, äh, nicht mehr zulegen. Also meinst du so kleinere, so Hamster oder? Ja, oder Aquarien, genau. Aquarien, ja. Ja, Aquarien bin ich auch immer, ich kenn mich mit Fischen halt überhaupt nicht aus, deswegen weiß ich nicht, ob das tierschutzmäßig in Ordnung ist, aber ich finde Aquarien auch immer ein bisschen deprimierend. Ich hab ja Meerschweinchen und die haben bei mir zu Hause ein riesiges Gehege, also eingesperrt sind die nicht. Okay. Die, die bewohnen quasi unser halbes Wohnzimmer, ähm, und, äh, ja, wenn man sich da halt auch ein bisschen mit befasst, was brauchen die, äh, also jetzt bei den Meerschweinchen zumindest ist es so, ist schön, dass wir jetzt bei dem Thema angekommen sind, äh, dass die, also Meerschweinchen können, also unsere Meerschweinchen könnten tatsächlich jederzeit aus diesem Gehege raus, wenn sie es wirklich wollten. Die sind nicht komplett in einem Gitterkäfig drin, sondern das ist so ein, so eine erhöhte Plattform aus mehreren Tischen und da ist vorne einfach nur eine Plexiglasfront vorne dran. Die könnten da drüber springen, sie machen es nur nicht, weil sie haben da gar keinen, gar keine Not für, ne? Wenn, wenn der, wenn das Gehege gut genug eingerichtet ist, die genug Platz haben, die alles haben, was sie brauchen, dann brechen die auch nicht aus, haben die gar keine Lust drauf, weil die wissen dann nicht, was da draußen ist, da ist nur Gefahr, die wollen dann lieber zu Hause bleiben. Und, so, und als ich das dann auch mal so begriffen hatte, habe ich gedacht, nee, die sind nicht eingesperrt, die haben ja nur ihren sicheren Ort bei uns, so, wo sie alles machen dürfen, was sie wollen, so. Ja. Und, genau, und bei Fischen bin ich mir immer nicht ganz sicher, da denke ich auch immer, sollten die nicht lieber in den Ozean, in den Fluss, in den See, anstatt in so einen Glaskasten, ja. Da gibt es bestimmt verschiedene, verschiedene, also je nachdem, wie groß das Aquarium ist und so, da gibt es bestimmt Möglichkeiten und so. Ich finde es auch, ehrlich gesagt, ich liebe Wasser, ich liebe Unterwasserwelten, ich könnte stundenlang in so ein Aquarium reinschauen. Oh, kennst du diese Putzerfische? Ja, klar, natürlich. Die finde ich immer so lustig, ja. Ja, okay, gut, ich glaube, wir sind langsam am Ende unseres Gesprächs angekommen, wobei ich das gerade noch einen sehr schönen Schluss fand hier mit unseren Tiergeschichten. Ich sage mal noch schnell dazu, dass ich deine Links auf jeden Fall in die Show Notes dieser Podcast-Folge setze, also du hast eine Webseite, da stehen auch deine Konzerttermine drauf, Instagram, bist du auf TikTok unterwegs? Ja. Ja, siehst du mal, TikTok und YouTube haben wir noch erwähnt, genau, mit den ganzen Musikvideos, da kann man also dann gerne mal vorbeischauen und auch in deine Musik reinhören. Und dann hätte ich jetzt noch mal eine letzte Frage, die stelle ich immer am Schluss und die ist, was wünschst du dir? Ich wünsche mir mehr Diversität an Schlüsselpositionen und dass die Politik ihre Versprechen besser einhält. Wow, ja, okay, dann schließe ich mich dem mal an, das finde ich gut. Und ich wünsche mir eine CO2-Steuer. Oh, okay. Ich habe noch ein paar Wünsche in meinem Kopf, aber bei den dreien erstmal. Bei den dreien belassen wir es erstmal, das sind so die wichtigsten. Ja, okay, super cool. Vielen Dank, Jules. Toll, was du machst, toll, wie viele Gedanken hinter deiner Kunst stecken und dass es eben nicht nur einfach irgendwie Musik ist, sondern dass da was ganz anderes noch hinten dran ist. Das ist ein ganzer Unterbau unten drunter ist und das ist sehr schön. Ich wünsche dir, dass ganz, ganz viele Menschen dich noch hören werden. Dankeschön. Hey, vielen lieben Dank auch für die Einladung. Es war echt ein schönes Gespräch jetzt mit dir. Und herzlichen Dank an die Zuhörenden. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann schaut doch gerne mal in die Shownotes. Da findet ihr alle Links zu Social Media und auch zum Blog. Hinterlasst gerne euer Feedback oder ein Däumchen, ein Sternchen, eine Bewertung. Ich freue mich über alles. Ihr könnt diesen Podcast auch finanziell unterstützen, wenn ihr das möchtet. Und auch dafür steht ein Link in den Shownotes. Der führt euch zur Seite Unterstützen und da findet ihr dann die verschiedenen Möglichkeiten, die ihr da habt. Auch dafür herzlichen Dank. Wir marschieren jetzt strammen Schritts auf Folge 150 zu. Ich kann es kaum fassen. Und außerdem haben wir im Februar fünfjähriges Jubiläum. Hui. Also, ja. Ich wollte es einfach mal sagen. Ich freue mich auf jede neue Folge. Ich freue mich auf alles, was ich hier lernen darf. Und ich hoffe, ihr findet es genauso cool wie ich. Dann bis bald. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Tschüss. 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 Tschüss.